Ich bin jetzt hier direkt im Wald bei Wattenheim Richtung Lauberhof auf der Suche nach dem Fliegenstein-Kreis, der ein sehr toller Kraftplatz ist, aber da ich keine Ahnung habe, wo der ist, gibt es ja viele Wege, die da hinführen könnten. Und auf der Landkarte ist er zwar eingezeichnet, aber so ganz werde ich daraus nicht schlau, auch nicht aus dem, was die Leute geredet haben. Aber es ist eine wunderbare Stille hier, viel Energie und es soll ein ganz toller Kraftplatz sein. Spürt man auch diese Energie, die hier ist. Und ich wollte euch nur mal kurz Hallo sagen, weil montags ist bei mir morgens immer schlecht, weil ich zwar um 5 Uhr aufstehe, aber auch schon früh weggehe, da der Schulunterricht bei den Kids, den ich mache, beginnt. Und da ist es schlecht, morgens im Tagesorakel oder geistige Botschaften zu senden. Hier fühlt man sich ganz toll wohl. Da vorne kommt eine Lichtung. Naja, wenn ich ihn gefunden habe, werde ich euch, wenn ich noch da bin, es zeigen. Spätestens am Freitag in der Walburgisnacht. Da wollen wir nämlich hingehen zum Trommeln. Und damit sage ich euch einen wunderschönen Restabend. Ciao.